Hi Leute, heute kommt kein Video mehr mit Norbert und ja, ich wollte es ganz schnell machen, nicht so schnell, aber ja, wenn ihr ein bisschen länger schon auf meinem Kanal seid, ihr fragt euch ganz bestimmt, warum mein Profilbild geändert ist, ja, das liegt deswegen, weil ich keinen Bock mehr auf diese Kerzen hatte und ja, das hätte ich mal das für Spiele, oder da ist meine Tasche, sie kann verrotten, ja, verreckt, du blöde Tasches, hast du dich natürlich? Und ja, ich habe erstmal FIFA 12, ich habe noch so viele Spiele, wenn ihr, ich weiß was immer noch, Sports Island, Mario Cutaway und Alexander Carlos, der auch verraten kann. Und das ist mein Schlagsack natürlich, den Schlag so Bäm, 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 schön bunt, ne, und ja, und ja, wie oft ich uns ja sagen, ja, das ist natürlich 50.000 Euro, ist ja klar, ne, 50.000 Euro, mein Hut, mein Spiegel, ja, mein Fernseher, ich nutze es aber kaum, benutze ich aber kaum weil ich einen youtube suchte würden und ja weil ich nur noch mal neugierig sagen ich hoffe ihr euch gefällt diese kanal profil die ich jetzt habe die ich jetzt habe und ja tschüss und ich hoffe euch gefällt die schule oder bei dieser sommer fehlen aber sehr viel zeit lust ist das mausik oder samstag kommt kein video weil es dabei freesie übernachten apropos freesie es darf nicht sein namen nennen das mein bester freund nicht nur aber in der apropos frisie ja frisie wird wird auch vielleicht auch mein namen wechseln nicht wundern es wäre vielleicht auch shadow hd heißen schade heute gefällt mir ja und ja und peace